Sexualisierte Diskriminierung oder Belästigung fängt nicht erst da an, wo es laut Gesetz strafbar ist. Auch nicht dort, wo sie für die Öffentlichkeit als solche erkennbar wird. Für Außenstehende scheinen bestimmte Handlungen vielleicht harmlos, das heißt jedoch nicht, dass es sich dabei nicht um Belästigung, Diskriminierung oder Gewalt handelt. Das Problem, merken BelästigerInnen, dass bestimmte Handlungen geduldet werden und keine Konsequenzen zu erwarten sind, entsteht eine Dynamik, in der immer mehr Belästigungen möglich sind. Nur weil Betroffene etwas erdulden, heißt das aber nicht, dass die Handlungen erwünscht waren. Es heißt auch nicht, dass Betroffene selbst schuld sind, weil sie sich nicht gewehrt haben. Um die Facetten sexualisierter Diskriminierung und Gewalt darzustellen, bedienen sich WissenschaftlerInnen gerne der Metapher des Eisbergs. Die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs sind Femizide, also die Tötung von Frauen und Mädchen. Unter der Wasseroberfläche finden sich verschiedenste Formen sexualisierter Belästigung. Dass die Spitze des Eisbergs nicht tolerierbar ist, ist selbstverständlich. Die Formen sexualisierter Übergriffe unter der Wasseroberfläche werden jedoch meistens nicht als solche wahrgenommen und bleiben unsichtbar. Und das, obwohl sie den Großteil von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt ausmachen und gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit und Arbeitsleistung von Betroffenen haben. Im Hochschulbereich kann man sich diesen Eisberg so vorstellen. Die Spitze des Eisbergs sind beispielsweise Begrabschen, sexuelle Nötigung, das heißt geschlechtliche Handlungen gegen den Willen einer Person und Vergewaltigungen bzw. versuchte Vergewaltigungen. Unter der Wasseroberfläche finden sich beispielsweise vulgäre sexualisierte Beschimpfungen, beleidigende und oder sexualisierte Äußerungen über den Körper, unerwünschte Anmachsprüche, obszöne Bemerkungen, Beleidigungen gegenüber arbeitenden Müttern, andauernde sexualisierte Annäherungsversuche, ungewollte Diskussionen über das eigene Sexualverhalten, Aufhängen oder Versenden von Nacktbildern, obszöne Gesten, sexualisierte Bemerkungen betreffend der Arbeitsleistung. Die folgenden Beispiele sollen zeigen, welche Formen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt im Hochschulkontext annehmen kann. Auf der Universität findet ein Symposium statt. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Häppchen und Getränken. Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bemerkt, dass eine vorgesetzte Person hinter ihr vorbeigeht und scheinbar zufällig über ihr Gesäß streicht. Nach ein paar Minuten passiert es abermals. Sie geht auf den Vorgesetzten zu und bittet ihn damit aufzuhören. In einem Kolloquium sind drei hochrangige Professoren einer ausländischen Partneruniversität zu Gast. Der Kontakt zu den Abgesandten der Partneruniversität ist für alle anwesenden Promovierenden möglicherweise forschungs- und karriereförderlich. Der Professor stellt den Gästen die von ihm betreuten Promovierenden einzeln vor. Bei seinen männlichen Doktoranden skizziert er deren laufende Promotionsprojekte jeweils kurz in lobenden Worten. Seine einzige weibliche Promovierende und einzige Frau im Raum stellt der Professor den männlichen Gästen mit den Worten vor, das ist Frau M. Sie trägt heute ein hübsches Kleid. Bei einem internationalen Workshop hält eine Nachwuchsforscherin einen Vortrag über die Ergebnisse ihrer langjährigen Forschung. Hinterher gratuliert ihr ein international renommierter französischer Professor zu dem Vortrag. Die Forscherin ist natürlich glücklich darüber. Sehr schnell wird aber klar, warum er eigentlich auf sie zugekommen ist. Er habe mit Bedauern bemerkt, dass sie einen Ring am Finger trage, sagt er auf einmal und fragt sie, ob sie Französisch spreche. Der beste Weg, eine Sprache zu lernen, sei er ein Liebhaber. So geht das noch eine Weile von einem Interesse an inhaltlichem Austausch keine Spur mehr. Die Forscherin weiß nicht, wie sie reagieren soll und ärgert sich über sich selbst, obwohl der Professor hier grenzüberschreitend agiert. Ihr gutes Gefühl von vorhin ist verflogen. Sie fühlt sich irgendwie fehl am Platz. Später erfährt die Forscherin, dass sich der Professor in einer Männerrunde bedauernd darüber äußerte, dass es für seinen Kollegen immer so leicht gewesen sei, Affären anzufangen. Wie erkenne ich sexualisierte Diskriminierung und Gewalt? Oft hört man von einer Grauzone, in der nicht klar ist, ob es sich um belästigendes Verhalten handelt oder nicht. Es wird davon gesprochen, dass etwas nur falsch verstanden wird oder nur lustig gemeint war. Betroffene, die sich erniedrigt oder unwohl fühlen, wird zum Verstehen gegeben, dass sie etwas als Kompliment oder als Spaß verstehen sollen, auch wenn ihnen ihr Gefühl etwas ganz anderes sagt. Diese Grauzonen gibt es aber nicht. Vielmehr werden durch die gerade genannten Narrative Grenzen ständig missachtet und überschritten. Betroffene lernen, über eigene Erfahrungen zu schweigen, diese zu relativieren und sogar für BelästigerInnen Ausreden zu finden, die das Verhalten entschuldigen. Betroffene werden als Spaß bremsen und empfindlich oder ihre Reaktion als übertrieben bezeichnet. Das macht es noch schwerer, zu lernen, wie man die eigenen Grenzen erkennen, ernst nehmen und wahren kann. Nicht das Gesetz oder die breite Öffentlichkeit hat die Definitionsmacht darüber, was für ein Individuum als Grenzüberschreitung gilt. Belästigungen und Übergriffe folgen jedoch meist einem bestimmten Muster. Sie sind also gar nicht so individuell. Es handelt sich vielmehr um ein strukturelles Problem. Um dieses Muster frühzeitig zu erkennen, wurde das Red-Flag-System entwickelt. Laden Sie sich das Buch Grauzonen gibt es nicht von Hassan und Sanchez Lambert herunter und lesen Sie die Seiten 21 bis 29 durch. Hier wird einerseits das Red-Flag-System erklärt und auch gleich anhand eines Beispiels aus dem Hochschulkontext angewandt. Was können wir tun? Es ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass es nicht in der Verantwortung eines einzigen Menschen liegt, das System zu verändern, quasi den nicht-sichtbaren Teil des Eisbergs abzubauen. Das funktioniert schon aufgrund der ungleichen Machtverteilung nicht. Als Betroffene Nehmen Sie die eigenen Gefühle ernst. Das ist meist gar nicht so einfach, weil wir in einem Klima leben, in dem Grenzüberschreitungen oft heruntergespielt werden. Machtverhältnisse an der Hochschule und das Verschwimmen von Privaten und Beruflichen machen das Ganze noch schwieriger. Die eigene Erfahrung als real anzunehmen und eigene Grenzen zu kennen, ist ein erster wichtiger Schritt. Wenn ein Verhalten körperliches Unwohlsein oder Irritation auslösen, wurde eine Grenze überschritten. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Sprechen Sie mit Vertrauenspersonen über das Erlebte. Außerdem besteht die Möglichkeit, Anlaufstellen der Hochschule oder der Stadt in Anspruch zu nehmen. Als Beistender bzw. Umstehende. Als Person, die eine Grenzüberschreitung beobachtet oder davon erfährt, hat man die Möglichkeit einzugreifen. Manche gehen auf die betroffene Person zu und bieten Hilfe an. Andere konfrontieren Personen, die grenzüberschreitend handeln. Das Fehlverhalten anderer zu entschuldigen und zu relativieren, macht einen zur Kompliz in. Wir tolerieren damit dieses Verhalten und tragen dazu bei, dass Belästigungen und missbräuliches Verhalten keine Folgen haben und somit fortgeführt werden können. Es geht also darum, Grenzen ernst zu nehmen, Vorfälle nicht zu akzeptieren, sondern sie zu thematisieren. Es geht auch darum, eine Null-Toleranz-Politik zu leben. Das heißt beispielsweise, in Gesprächen darauf hinzuweisen, wenn Grenzverletzungen bagatellisiert werden. In konkreten Situationen kann man Betroffenen Informationen zu Anlauf stellen und sich als Begleitperson bzw. Unterstützung anbieten. Welche Schritte gesetzt werden, liegt jedoch immer im Ermessen der Betroffenen selbst. Wichtig ist es also, die eigenen Privilegien zu nutzen, hinzuschauen, einzuschreiten, zu unterstützen und das Schweigen zu brechen. Der Diskurs um sexualisierte Diskriminierung und Gewalt verunsichert manche. So kann man ja gar nicht mehr flirten, ist eine unbegründete Angst. Die meisten Menschen besitzen ein Gespür dafür, was übergriffig ist und was nicht. Man greift beispielsweise niemanden ungefragt an. Man merkt, wenn jemand sich bei Aussagen unwohl fühlt oder ein Gespräch nicht führen will. Andere Menschen und ihre Grenzen respektieren. Das sagt uns eigentlich der Menschenverstand. Alles, was mit Einverständnis passiert, ist erlaubt. Wenn man sich unsicher ist, einfach nachfragen und aufhören, wenn es eben nicht gewollt ist. Kann es trotz besten Willens dazu kommen, Grenzen zu überschreiten? Ja. Oft sind wir uns gar nicht darüber bewusst, welche Sexismen wir verinnerlicht haben und durch Worte und Handlungen zum Ausdruck bringen. Sexistisches Verhalten hat also nicht immer etwas mit Mutwilligkeit zu tun. So kann ein Witz, den man selbst lustig findet, für andere eine Grenzüberschreitung darstellen. Hier ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und das Geschehen nicht herunterzuspielen, nur damit man sich selbst besser fühlt. Sexistische Übergriffe und Diskriminierung sind Ausdruck eines strukturellen gesellschaftlichen Problems, das durch unser Handeln entweder reproduziert oder kritisiert und aufgelöst wird. Sie selbst sind in einer Machtposition? Dann seien Sie besonders sensibel gegenüber strukturellen Ungleichheiten und ihren Privilegien. Sie sind vielleicht gefährdet, übergriffig zu sein. Seien Sie besonders achtsam, die Grenzen anderer zu respektieren und gehen Sie verantwortungsvoll mit ihrer Macht um. Die eigene privilegierte Position zu nutzen kann zum Beispiel so aussehen, dass ich als Lehrende oder Vorgesetzte das Thema im Team oder Hörsaal anspreche und Anlaufstellen bekannt mache. Als Kommilitone kann ich darauf hinweisen, dass es nicht in Ordnung ist, sexualisierte Witze zu erzählen. Nur weil man selbst keine Erfahrungen mit Sexismus gemacht hat, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Nur weil man selbst besser mit Sexismus umgehen kann, heißt das nicht, dass andere Grenzüberschreitungen dulden müssen. Was wir alle tun können. Unser Verhalten und unsere Privilegien reflektieren, in Gesprächen anderen, wenn nötig, widersprechen, sich im Konsens üben, Weiterbildungsangebote nutzen und bei Vorfällen nicht wegschauen, sondern eingreifen.